Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Alone in the Dark Teil 1. Ich habe nachgeschmökert. Oh shit. Scheiße. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, wir müssen erstmal die Petroleum-Lampe ablegen. Das ist jetzt aber unfair. Lauf, lauf, lauf. Und dann müssen wir hier irgendwo... Nein, nicht werfen, nein. Ja, nehmen, nehmen. Und zwar hier hinten müssen wir diese Attrappe... ...einsetzen. Und dann können wir hier ganz schnell und fluffig... Oh Gott sei Dank. Hat der mir jetzt 34. Okay, wie fertig denn vorher? Leben? So, wir sollen auf jeden Fall diesen Talisman mitnehmen. Ja, ja, ja. So, jetzt finden wir Dolche und Messer. Beziehungsweise Dolche und Dolche. Ich, wie gesagt, ich gucke ja rein in die Anleitung. Da stand, die anderen Messer hier, die kann ich ignorieren. Also lassen wir die einfach mal da. Wir nehmen aber dieses Pergament. Und wir nehmen noch ein Pergament. Und wir nehmen noch ein Buch. Und noch ein Buch. Und naja. So, und mir wurde gesagt, die Schriften, die ich hier finde, die sind nicht gut. Deswegen, wenn wir die lesen wollen, dann sollen wir uns in das Pentagramm stellen. Ludwig Prin de Vermis Mysterius. Mhm. In nomini invocatoris. Ach so. Ludwig Prin... Nee, das machen wir mal nicht. Das lesen wir mal besser nicht. Juan Luis Jorge de Bibliotheca. Jorge. Studie und Überlegungen zur Macht des Wortes bei den verdammten Schreibern. Verlag Archaos, 1919 Stafford. Aha. Wir müssen feststellen, dass die diversen Übersetzungen die dunkle Macht gewisser verfluchter Texte in keiner Weise schwächen. Die böse Kraft der Beschwörungsformeln bleibt gänzlich erhalten. Der Zauber wird wirksam, wenn eine Formel aus gewissen Sprachen, beziehungsweise seltenen Dialekten, klar und deutlich ausgesprochen wird. Mglafk. Ftang. Aha. Der Leser möge verstehen, dass ich nicht näher darauf eingehe. Dieser Text allein genügt schon, um unbezwingbare geheime Kräfte zu entfesseln. Schlimmer noch, manche Passagen, die magische Techniken und Gebräuche beschreiben, erweisen sich sogar beim bloßen Lesen als gefährlich. Der Uneingeweihte wird von einem hysterischen Wahnsinn hinweg gerafft, der Phänomenen von Besessenheit gleicht, wie sie in diversen Werken beschrieben werden. Siehe dazu Zemfs Studie, Urbain, Grandier und Loudain, sowie die Studien von Reverend Richard Price über gewisse Exorzismen einer Gemeinde in der Nähe von Providence. Wir loben daher die Vorsicht des Bibliothekars des British Museums, der jegliche Lektüre des Al-Asif, das heißt des berühmt-berüchtigten Necronomikons, verbietet. Freilich gibt es Abschriften. Der Inquisition war es nicht gelungen, dieses Buch vollständig zu vernichten. Das britische Exemplar, sowie das im Besitz der Miskatonic University von Arkham, sind der beste Beweis dafür. Erwähnt seien hier noch von unaussprechlichen Kulten von von Junst und De Vermis Mysteries, ein verabscheuenswertes Buch von Ludwig Prin, der ein grausames Ende fand. Ah, okay, also fahren wir quasi hier noch ein bisschen, ähm, Dinge dazu. Ich frag mich die ganze Zeit, wieso das immer Männerstimmen vorlesen. War das ursprünglich, ist das die Stimme von Karnby? Ich weiß das gar nicht. Und bei der Frau, da haben sie gesagt, ja, kein Bock, dass die das nochmal einliest, das ist schon alles ehens. Ich hab auch gelesen, dass der Weg von Karnby der gleiche ist wie der von ihr. Ich weiß immer noch nicht, wer sie ist, aber egal. Ähm, und deswegen ist es egal, mit wem wir spielen, es ist der gleiche Lösungsweg quasi. Das Opfermesser Otto Stern Lumina Verlag. Eine Charakteristik, der man in den verschiedensten Riten begegnet, ist die Bedeutung, die der Opferung beigemessen wird. Man denke dabei nur an die zahlreichen Beispiele des Alten Testaments. In den primitiven, polytheistischen Religionen gelten Opfergaben als Faktor für kulturelles Selbstbewusstsein und Zusammenhalt der Stämme. Die Mitglieder der sozialen und religiösen Gemeinschaft versammeln sich zu einer Zeremonie, ein wesentlicher Akt von Buße und Reinigung. Es wäre falsch anzunehmen, dass dieser Akt, der den Henker, sein Opfer und die Gottheit verbindet, Vergleiche Babylon und Steinkulte von Manzetti, eine Hinrichtung ohne Konsequenzen sei. Es ist nur dann eine positive Wirkung von der Opferung zu erwarten, wenn sie durch einen Eingeweihten mit der richtigen Waffe ausgeführt wurde. Zahlreiche heidnische Kulte, die heute noch gepflegt werden, beweisen den Fortbestand derartiger Praktiken. Im Laufe meiner ethnischen Studien weite mich ein Akama-Zauberer in den Ritus des Stahls ein. Für diese Zeremonie, die Verehrung der Ziege mit den tausend Jungen, braucht man einen Dolch, da er den Übergang in eine andere Dimension ermöglicht. In diesem Ritus richtet sich der Zelebrant an den Vagabunden. Der Vagabund gehört zur Folklore und wäre unserem schwarzen Mann gleichzusetzen. Er kann sich allerorts fortbewegen und all jene töten, die Widerstand leisten. Er ist der Mittler zwischen Mensch und Ziege, dem Symbol für Fruchtbarkeit. Der Zauberer muss nach der Beschwörung den geeigneten Dolch für die Opferung aussuchen. Das Messer mit wellenförmiger Klinge, das in Vollmondnächten siebenmal in hundertfach destilliertes Wasser getaucht werden muss, wird von vornherein beiseite gelegt, siehe Abbildung, da diese Waffe den Vagabunden in seine Welt, seine Dimension, zurückschickt. Der Priester wird hingegen den Krummdolch wählen, siehe Zeichnung, der sich am besten eignet, dem Lamm die Kehle durchzuschneiden, was die Transfiguration des Zauberers zur Folge hat und ihnen Trance versetzt. Das ist aber schön. Und der gewöhnliche Pöbel nimmt das stumpfe Buttermesser und sticht so lange ein, bis nichts mehr ist. So, das speichere ich aber mal ab. Auf Juhu, das klingt optimistisch. Achso, ich muss ja noch ein anderes Pergament lesen. Das Pergament hier. Das Buch Jael. Die Zeichen in den Steinen oder eucharistische Riten teuflischer Kulte. Ach komm. In zahlreichen primitiven Religionen ist ein ungeheuerlichen Wesen. Wisst ihr was, wir machen das so, ihr macht einfach Pause. Welcher Volkskundler kennt nicht Namen? Ah, okay. Wir wissen, dass diese gefährlichen Idole nur für diese Anbeter scheint das zu sein. Wir dürfen diesen umtreten. Achso. Die zum Bereich der... Bleiben wir auf der Hut. Okay. Ich glaube, das ist hier der Text, der uns davor warnt, dass wir hier den Bums lesen, ohne dass wir in diesem Kreis stehen. Ein Studium über die Macht des Wortes, Devermis Mysteriis, das haben wir. Das Opfermesser, verbotene Riten, äh, verboten, ja doch, verbotene Riten und Kulten, ein Talisman, ein Durch. Den rüsten wir aus und speichern nochmal und ich muss niesen. Danke, für alle, die jetzt Gesundheit gesagt haben. Tja, das ging doch einfach als Butterschneiden. Weil, das wird wieder nicht erklärt, aber das habe ich gelesen, der Geist, der hier rumläuft, ist der Vagabund. Und den konnten wir jetzt somit erfolgreich platt machen. Warte mal, ich gucke mal noch, ob wir noch irgendwas finden, weil man müsste hier noch das Necronomicon finden können. Warte mal, es müsste ein rotes Buch sein. Da müssen wir uns dann aber auch in den Kreis stellen, damit wir das... Ah, ja. Nee, nee, Moment, hey. Ich will's haben, ich will's haben! Hallo? Nehmen. Da gehen wir mal ganz kurz in unseren Lesekreis. Na, komm. So. Äh. So, okay. Die Söhne der Sonne und der Finsternis. Bericht von Leutnant Lope de Vega über seine wundersame Reise in das Land der Azteken. Na gut, das ist schon wieder spannend, ne? Dann wird das jetzt wieder so ein Lesepart. Aber das kennt ihr ja theoretisch schon aus, äh, The New Nightmare, Alone in the Dark. Da wurde auch nur gelesen den ganzen Tag. Da hatten wir ja teilweise Bücher gefunden mit 40 Seiten. Bei Gott. Aber ich bin dankbar, weil die das hier selber vorlesen. Angesichts des schrecklichen Schauspiels, das sich unseren Augen bot. Halbnackte Wilde warfen einander goldene und silberne Bälle zu. Zweifelsohne standen sie unter Einfluss irgendwelchen Rauschgifts, denn sie lachten unbekümmert. Als jedoch einer der Bälle zu Boden glitt, wurde der Mann zum Tempel gezarrt und dort auf grauenvolle Weise den Göttern geopfert. Dieses Spiel war eigentlich ein Kult, der den Lauf der Sterne symbolisierte. Rollte eine Kugel zu Boden, hatte dies eine Naturkatastrophe zur Folge. Zumindest glaubten die Azteken daran. Eine Horde von Göttern verlangte zahlreiche Opferungen, die sich nach den Mondphasen und den Jahreszeiten richteten. Nun hielt der Priester mit blutbefleckter Hand das noch zuckende Herz des unglücklichen Azteken in die Höhe. Was für eine Kuh! Dieser in einen Goldmantel gehüllte Steinkoloss erwachte in der Tat vor unseren Augen zum Leben. Oh Graus! Die Granitaugen, die eben erst noch leer waren, füllten sich jäh mit Blut. Entsetzt fuhren wir zurück. Dom José wurde von Krämpfen ergriffen. Er versuchte, sein Kruzifix hochzuhalten. Da lachte der Priester schallend. Ein Grinsen verzerrte die Lippen der Statue und entblößte eine Reihe spitzer Zähne. Kapitän Cortés brüllte, vorwärts! Doch wir waren wie festgenagelt. Trotz größter Anstrengung konnten wir keinen Schritt tun. Unsere Rüstungen schienen mit dem Steinboden verschmolzen. Unsere Beine knickten ein und wir brachen mit Geklirr zusammen. Nur Cortés hatte die Geistesgegenwart, seinem Dolch dem Priester ins Gesicht zu schleudern. Der Aztek kostete gute vier Zoll feinsten Toledo-Staats. Sein Blut bespritzte das nunmehr unbewegliche Idol. Mühsam erhoben wir uns. An dieses Abenteuer werde ich mich mein Leben lang erinnern. Meine abergläubischen Gefährten verbreiteten tausend Meeren über die verhexten Rüstungen. Wie dem auch sei, die Gottheit des vierten Universums hatte unseren Trupp all seiner Kraft beraubt. Und seither glaube ich, dass dem steinernen Idol auf ewig eine geheimnisvolle Kraft inne wohnt, die den tapfersten Konquistador in eine armselige Blechbüchse verwandeln kann. Charles Chivitlicu, gezeichnet von Dom José de la Sierra, vor der Zerstörung des Aztekentempels von Tenochtitlan. Okay, das war nicht dieses Necromico-Irgendwat-Kon. Aber mir fiel gerade ein, dass ich auch gelesen habe, dass man halt eigentlich alles ablegen kann, was man gelesen hat an Büchern und Schriften, dass man das nicht mehr braucht. Und dass man das vor allem auch ablegen muss, weil man sonst keinen Platz mehr im Inventar hat. Und deswegen legen wir doch die ganzen Zauberbüchlein mal hier hin, wo sie auch hingehören. Ach, das Necronomicon ist das Rote hier drüben. Okay, das lassen wir mal. Oh, erzähl mir doch nix. Oder ob nicht, naja. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja jetzt alles gelesen, sonst hätten die Sachen hier nicht alle plötzlichen Namen. Das finde ich gut, dass man sich das daran merken kann. Okay, das Teil sieht man nicht, was ich da hingelegt habe, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Ein Pergament, das müssen wir auch noch lesen. Die Wesen der Nacht von Hubertus dem Kahlen. Aus dem Lateinischen übersetzt von seinem Betbruder Frar Johann Martin von... Moment, Moment, nee, 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 nee. Das lese ich lieber, wenn ich hier draufstehe. So, jetzt nochmal. Ach nee, die Wesen der Nacht. Die Wesen der Nacht von Ungeheuern und ihrer Art. Du, der dies liest, wisse, die Nacht gebiert Ungeheuer und die Wesen der Nacht gibt es wohl. Das verdammte Buch von Abdul al-Azret bestätigt dies. Das ist nicht Tod, was ewig liegt. Wehe dem, der dieses Buch kennt. Wehe dem, der diesen gottlosen Text liest. Wehe dem, der die Steine anfleht. Er wird die Mächte des Bösen befreien. Von Abgründen. Stille Wasser gleichen dem Gedächtnis der Menschen. Unter der trügere, schruigen Oberfläche hausen grausame, krallige Bestien, die der Eingeweihte unter dem Namen Tiefe Wesen kennt. Das Tiefe Wesen packt sein unseliges Opfer und zieht es in den Abgrund, wo Dagon, der unerbittliche Gott, wohnt, der des unaussprechlichen Namen ehrt. Von Bibliotheken. Wehe dem, der den Irrenden befreit. Wehe dem, der ihm in den Büchern begegnet. Dieser zeugt den Vagabunden, der aus anderen Sphären kommt. Er glaubt, dass der Vagabund nicht ist. Also hat dieser, der Typ, wir haben ja vorher so ein Tagebuch gelesen von irgendeinem Typen, der da halt die ganze Zeit schreibt, dass der schwarze Mann ihn verfolgt. Und er versucht halt, ne, der hat ja auch das Pentagramm dahin gezeichnet. Klar, wir sind ja gerade in der Bibliothek. Aha. Und also, und der schwarze Mann war also das dicke lila Michelin-Männchen, was wir gerade mit dem Opfer durch umgebracht haben, oder wie. Und der heißt Vagabund. Er wird des Todes Umarmung spüren. Aha. Denn für den Vagabunden sind die Bücher nur Träume und der Stein nur Wind. Und doch weiß der Vagabund, den Odem des Leichtsinnigen zu rauben. Da steht gar nicht Leichtsinnigen. Da steht Toren. Des Toren zu rauben. Von Kämpfen. Wer redet, weiß nichts und glaubt, die Wesen der Nacht bezwingen zu können. Welch Torheit. Ach, da nehmen sie Torheit, oder? Nur Weisheit und Verschwiegenheit dürfen das Böse beschwören. Wer die Bücher stört, wird durch der Wahrheitsschneide enden. Wer durch dunkle Höhlen eilt, wird vor Entsetzen brüllen. Wer in den Tiefen schwimmt, wird verdampfen. Wer zu Wissen glaubt, weiß nichts. Wer weiß, redet nicht. Von dem Tod. Es gibt Welten, die sind schlimmer als der Tod. Das ist nicht Tod, was ewig liegt. Jede Kreatur kann beschwört werden. Die Beschwörung führt nicht zu ihrem Tod, sondern zurück zum Ursprung. Ein Ungeheuer. Eine Wissenschaft. Der Stahl tötet den Vagabunden, der niemals stirbt. Das ist doch beim Widerspruch in Sicht. Der Stahl tötet den Vagabunden, der niemals stirbt. Dann tötet der Stahl den doch nicht. Verdammte Scheiße. Anmerkung des Übersetzers. Hier endet das Manuskript von Hubertus, der anno 1666 in der Bibliothek von Taruela starb. Requeous Card in Parze. All right. Schön. So, dann hat euch hoffentlich unsere kleine Lesung sehr, sehr dolle gefallen. Was hab ich da eigentlich für'n Schlüssel? Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde in den Regalen. Ach, noch eins. Wir gehen auf Nummer sicher, Leute. Aber das ist hier halt die Bibliotheksfolge, ne? Ihr wisst Bescheid. Lesen, was haben wir hier? Unvollendetes Kapitel aus Terra Incognita von Jakob van Ostade. Unveröffentlichtes Fragment, wiedergefunden nach dem Index Librorum Prohibitorum in der Vatikanischen Bibliothek. In dieser unwirtlichen und kalten Gegend richten sich die Riten der Hexer und Heiler nach alten Legenden. Geheimnisvolle, grausame Wesen sollen früher die Arktis beherrscht haben. Eine Stadt mit hohen Mauern soll heute noch entartete Abkömmlinge derer beherbergen, die hier Jahrhunderte zuvor so viel Schrecken verbreiteten, dass die Seelen dieser Völker für immer gebranntmarkt sind. Das ist aber schön. Die ansonsten friedliche Bevölkerung wird von Wut und Angst ergriffen, sobald jemand von den Gefangenen im Eis spricht. Aus ihrem eisigen Grab befreit verlangten sie damals Menschenfleisch als Tribut. Diese Kreaturen gehorchen denen, die gewisse Beschwörungsformen kennen. Sie unterwerfen sich zwar, können aber, wie es scheint, unerbittlich sein. Ich muss gestehen, ich bin sehr beeindruckt durch die Berichte, die ich im Laufe meiner Reise gesammelt habe und durch die Kultgegenstände aus unbekannten Stoffen. Eins ist sicher, die Eskimos verwenden ungern gewisse Worte, die sie bis zu ihrer Todesstunde geheim halten. Fürchterliche Macht des Wortes. Aber steht nicht selbst in der Bibel, im Anfang war das Wort. Ja, 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 ja. So, ich hoffe, jetzt ist die Lesestunde aber auch langsamer vorbei. Ich sag mal so, ich könnte die Lesestunde ja auch einfach selber beenden, indem ich jetzt hier aufhöre, Bücher zu suchen. Ach, hier auf der anderen Seite sind ja auch noch welche. Ach, Leute, ist das nicht schön mit uns hier? Ach. Tatsache, was war denn das jetzt hier für ein Buch? Ich suche dieses Necronomicon, oder wie das heißt, weil in der Lösung, in die ich gucke, steht drin, wenn man die liest, ohne dass man in diesem Schutzkreis steht, dann stirbt man. Und das ist so abgefahren, das finde ich schon wieder witzig. Aha! Das ist es. Ich gucke mal, ob ich noch mehr finden kann. Was ist denn hier? Oh Gott. Okay. Die Geräusche sind auch richtig gut, ne? Fragmente aus Abduls Buch. Juhu. In der antiken Stadt Rillie, der Toten, träumt und wartet Cthulhu. Cthulhu. Im Abgrund der Zeit harret der Unsagbare. Das ist nicht tot, was ewig liegt. Rillie, deine Zyklopensteine bilden den Grundstock des Schreckensrituals. Cthulhu Ftang. Cthulhu Ftang. Jai. Jai. Wer die Steine zu beschwören, weiß, möge handeln. Es ist Zeit. Cthulhus Schatten verdunkle den Himmel. Die Ziege mit den tausend Jungen lasse ihre schrille Pfeife zum Ruhme des Unaussprechlichen erklingen. Cthulhu Ftang. Cthulhu Ftang. Jai. Jai. Okay. Mögen die Blicke desjenigen, den man nicht nennen darf, den Ungläubigen zerschmettern. Denn er ist die Pforte, der Schlüssel und der Wächter der Pforte, der dich nun in seiner Gewalt hat. Der Geist desjenigen, der zu verstehen glaubt, werde umnachtet. Niemand lüftet ungestraft das Geheimnis. Niemand sieht ungestraft der Götter Antlitz. Den Leser, den die Kraft verlässt, möge der Wahnsinn erlösen. Das ist aber schön. Klingt gar nicht wie eine dreckige Drohung. Aber mir passiert nichts, ihr Opfer, denn ich bin in meinem Superkreis. So. Jetzt haben wir alle wichtigen Bücher beisammen. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit... Och, Mucke. Spann dich mal. Ich frage mich hier die ganze Zeit nämlich, ob wir dann später irgendwas beschwören müssen. Und dafür quasi die... Oh Mist, meine Laterne, meine Laterne, meine Laterne brauche ich. Komm, Laternchen. Hoffentlich ist jetzt nicht das ganze Öl weg. So. So. Die Trojumla... Oh, okay. Ne, ich muss die aus der Hand nehmen. So. Okay. So. Und jetzt haben wir es ins unterste Stockwerk geschafft, Leute. Woohoo. Jetzt müssen wir alle so tun. Ich schreibe mal hier hin. Oben. Fertig. Jetzt müssen wir alle so tun, als ob wir hier unten noch nie gewesen sind, ja. Wisst ihr, es hat jetzt ziemlich lange gedauert mit dem ganzen Scheißlesen. Das heißt, wir machen hier zusammen die Küche noch. Wie sieht's aus, ha? Habt ihr da Bock drauf? Ich habe übrigens eine sehr interessante Information darüber gesehen, wofür man den Suppentopf mit dem Menschenfleisch braucht. Das war sehr interessant. Ihr werdet es mögen. Das Gesicht von der ist so geil. Guck mal, wie hübsch die guckt. So eine süße Maus. Ach, nicht zu fassen. Keksschachtel, die essen wir erstmal, damit wir unsere Energy auffüllen. Und die leere Schachtel packen wir natürlich weg. Ja, wenn genug Platz wäre. Machen wir es jetzt nochmal. So. Ich finde auch besonders schön bei ihr, dass gerade wenn sie sich dreht, der Oberkörper sich so völlig entgegengesetzt zu ihrem Unterkörper bewegt. So, guck mal, der Winkel. Was ist denn da los? Okay. Hm. Ja. Messerchen nehmen wir immer mit. Streichhäutschachtel natürlich. Und den Topf nehmen wir natürlich auch mit. So, und jetzt benutzen wir... Wir haben noch ein schönes Schwert. Ja. Bitch. Geh weg mit deinem Händchen. Frechdachs. Zeig's ihm, Olle. Wer auch immer du bist. So, er ist tot. Yeah. Wir nehmen den Ölkanister, den füllen wir dann auch gleich auf. Und hier haben wir einen Schuhkarton. Okay, wir können nicht mehr tragen. Das macht aber nichts. Und was wir tun können ist, wir haben ja eine Kanne im Inventar. Die können wir hier benutzen. Und diese mit Wasser füllen. Okay. Ich glaube, in dem Schuhkarton war doch... ...ähm... ...ein... ...sach schon. Da war doch der Revolver drin, kann das sein? Na, den brauchen wir auf jeden Fall, den guten Schuhkarton. Na? Rieche auf das Richtige? Ah, jetzt so. Nehmen, natürlich. Okay. Yes! Den scheiß Schuhkarton packen wir hier hin. So, und dann speichere ich auf jeden Fall ab. Okay. So, das sieht doch ganz gut aus. Haben wir noch irgendwas im Inventar, was ich nicht gebrauchen kann? Oh, ein Buch? Was für ein Buch ist das? Wenn Steine sprechen könnten. Och, nö. Oder Geschichte einer Plantage in Louisiana. Ne, Leute, das machen wir so. Nach dem Verkauf Floridas... ...dieser Abenteurer war von... ...in seinem Wahn wechselte... ...nach vollendetem Bau... ...wir verließen die Gesellschaft... ...Juni 1802... ...1875... ...fand das gut... ...Hartwood war von Pickford fast... ...wir führten lange Gespräche über seine Forschung... ...Hartwood arbeitete ohne Unterlass... So, man muss ja nicht übertreiben, ne? Jetzt reicht's ja auch mal hier mit der... ...höflichen, wir lesen hier alles durch, ...als ob's uns interessiert, nur mal... ...Hey, ich hab mehrere Schlüsse im Inventor... ...meine Güte... ...okay, dann nochmal... ...den können wir... ...können wir den... ...ne, der kann nur... ...der kann aber, glaub ich, nur... ...doch, der kann zwölf Schuss? Geil! Ach, ich weiß nicht, ob wir die Messer brauchen... ...aber ich behalte's ja erst mal... ...wir müssen ja nie... ...ach, das machen wir noch... ...das ist, glaub ich... ...wenn ich mich nicht irre, ist das hier richtig? Ja... ...ja... ...ja... ...das ist die Zombie-Zombie-Party... ...ei-ei-ei-ei-ei-ei... ...und zwar können wir den... ...hier hinstellen, auf den Tisch... ...okay, doch nicht... ...hab ich gelesen... ...und dann lassen die uns in Ruhe... ...und dann sollte ja eigentlich alles schick sein... ...und ich muss gar nicht kämpfen... ...das finde ich richtig gut... ...leitessen kann ich den Apfen hier noch ein bisschen die Bude ausräumen... ...ah, die sehen auch wirklich lustig aus... ...ne, das muss man schon sagen... ...so, hier ist dieses Raucherzimmer, oder? Vor allem, sie kriegt wirklich Schaden... ...durch... ...tatsächlich dieses... ...diese Zigarre, die da im Aschenbecher liegt... ...und dafür brauchen wir jetzt nämlich die Kanne... ...ja... ...denn, damit können wir... ...das böse, böse... ...oh, hier ist ja noch eine Tür... ...das böse, böse Passivrauchen unterbinden... ...leute, Gott sei Dank... ...so, da haben wir viel geschafft... ...ähm... ...eigentlich will ich immer gar nichts Neues schreiben... ...aber ich drücke irgendwie automatisch Leertaste... ...und dann wird das alles gelöscht... ...denn, phone necessary... ...ok... ...ir Lieben... ...ah ja, oh, jetzt geht da die Nummer los... ...noch ein Buch... ...ach schön, noch mehr Bücher... ...oh, ja, Lesen... Memories by Alistair Bowleskin Memories Ja Aha Das haben wir schon gesehen Das haben wir schon gesehen Das haben wir schon gesehen Gott sei Dank Und man muss es ja auch nicht übertreiben Aber was wir auch nicht übertreiben sollten Ist die Uhrzeit meine Lieben Denn die ist mal wieder erreicht Aber es war auch eine sehr leselastige Folge Es war ja wie es nicht 80% hier waren lesen Deswegen ist schon gut Dass wir das jetzt alles noch erledigt haben Dann erstmal Dankeschön für's Zuschauen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss Und boah Hä Was war mit meinem Tschüss Geht jetzt prompt die Musik aus Oder was Okay Bis dann